So, da bin ich wieder. Zielgeschwindigkeit 241 kmh, Prämie 2000 und ich hab erfolgreich abgehustet. So, weiter. So, wir fahren direkt das nächste Rennen. Ach, ich drück immer die falsche Taste. Wir fahren direkt das nächste Rennen. Wir haben jetzt theoretisch 3 von 4, richtig? Und jetzt machen wir das 4. von 4. Machen wir direkt das hier mit Kopfrisiko maximal. Dann können wir nach dem Rennen direkt Meilensteine und Kopfgeld sammeln. Dann hoffentlich hier gegen den Test fahren und sein Auto kassieren in den besten Fallen. So, das war knapp. Gerade beim Zurückgucken kam da ein Auto entgegen. So, hier kann man ein bisschen abkürzen. Bringt nicht viel, aber immerhin etwas. Und theoretisch, nein, manchmal kann man hier geradeaus fahren, kann man dann auch ziemlich gut abkürzen. Dann hat man sich halt hier diese Kurven gespart. Aber leider ist hier diese Abkürzung gesperrt. Aber das sollte uns nicht, äh, äh, nicht vom Sieg abhalten. So. Da vorne müssen wir gleich scharf rechts. Und zwar genau jetzt. Komm schon. Ah, das ging doch einigermaßen gut. Jetzt hier links entlang. So. Nein, diese Abkürzung nehme ich nicht. Das könnte nämlich gefährlich sein. Jetzt müssen wir hier wieder scharf rechts. Das war doch ein schöner Drift. So, Speedlimit 35 brauchen wir nicht. Wir sind sowas von illegal. Da, schon wieder Speedlimit 35. Scharf links. Perfekt. Perfekt gemeistert. Wie ein Weltmeister haben wir diese Kurve gemeistert. Ah, Hilfe. Wir hätten das eigentlich abreißen können. Dann hätten wir die eventuell aufgehalten. Dann wirklich nur eventuell. So. Gleich haben wir schon das Ziel erreicht. Bisher noch ohne Cops, merke ich gerade. Obwohl das Kopfrisiko maximal ist. So, weißt du was? Hier. Bäm. Nicht. Wir haben es verfehlt. Egal, wir sind im Ziel. Und wir sind Erster. Mit einer bringen wir von 2000. Und nun geht es... Diesmal drücke ich die richtige Taste. Ähm, ich möchte nämlich gerade mal gucken. Da oben ist ein... Wie geht das hier? Moment mal. Ach so, so. Mit der Maus. Ähm. Da ist ein Blitzer. Rechts. Und dann hinten nochmal rechts. Den nehmen wir gerade noch mit. Und danach... Ist mein Plan... Ähm... Ja, fahren wir da oben hin. Noch ein bisschen tunen. Damit wir es einfach gegen die Cops haben. Und natürlich auch gegen Tass. So, jetzt... Ich weiß jetzt natürlich nicht, welchen Zielgeschwindigkeit wir brauchen. Am besten nicht gegen LKW fahren. Gut. 127 kmh reichen. Wegen Razor. Hey, was geht? Ich bin's Mia. Hi, Mia. Razor hat dich im Auge. Er hat wohl nicht damit gerechnet, dich wiederzusehen. Tja. Gefällt mir, dass er sich jetzt unsicher fühlt. Hau rein, ich melde mich später. Jo, Besantje. Ja, der Typ kann ja auch nicht rechnen. Ähm, so. Wir fahren weiter. Denn das macht uns heiter. Oben entlang zum, äh, Tuner-Shop. Mann. So. Da vorne nur noch links und dann sind wir schon da. Dann bauen wir hier mal irgendwas Schickes ein. BAM! Tankstelle. Wer braucht sowas? Wir nicht. So, ähm. Teile, Leistung. Äh, so. Da hatten wir schon alles drin. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo wir, äh, wo wir was einbauen konnten. Fahrwerk ging auf jeden Fall. Für 3600. Ich guck mal grad, ähm. Ob wir noch was, halt. Obwohl, ne, super pro. Das schaut mal später erst frei. Bei Blacklist Nummer 11. Big Lou. Gut, ähm. So, bremsen. Also bremsen müssen wir, oder können wir kaufen. Und Fahrwerk. Beides kostet so um die 3000. Also können wir uns theoretisch auch beides leisten. So, zack. Und das Fahrwerk natürlich. Zack. 6700. Das hätten wir drin. Raus und tschüss. So, was fehlt uns denn jetzt noch? Theoretisch ein Meilenstein. Und noch gut 20.000 Kopfgeld. So, was kriegen wir denn hier? Was können wir denn hier noch machen? Das sind nur Verfolgungsjagden. Verursache einen Sachschaden in Höhe von 15.000. Erziele ein, äh, in einer einzigen Verfolgung ein Kopfgeld von 1000. Und, äh, begehe während einer Verfolgung drei Verstöße. Flüchte danach, um den Meilenstein zu erreichen. Gut, gut. Das sind alles drei dieselben Startpunkte. Dann ist das egal. So, mal stoßen um eins. Testnummern setzt. Äh, widersetzt. Wo soll er denn? Hat er? Ja, ich bin zu schnell unterwegs. So. So. Ein, äh, ne. Doch, einen Meilenstein haben wir schon mal. Wir spielen jetzt aber noch ein bisschen mit den Cops. Das heißt, wenn der mal mitspielen würde. Wir müssen noch ein bisschen Kopfgeld. Uah. Uah. Bisschen Kopfgeld erzielen. Können wir Einheiten vorausschicken, die eine Straßensperre errichten? Das ist 10-10, Charlie 21. Kann gerade keine Einheiten rüberschicken. Moment, ich fang die anderen Bezirka ab. Die Leute quatschen so viel. Da kann ich selbst, wenn wir die Straßensperre nicht errichten können. Da kann ich selber fast gar nichts nehmen. So. Und wie man sieht, die Cops fahren beide weiter. Keiner von diesen beiden hält an. Tipp für euch, wenn ihr das mal selber spielt. Fahrt, äh. Fahrt nicht so hinter den Kopf entlang. Weil die Bremse... Bitte um Lage brecht. Die Bremsen einen so... Boah. Fahrer weigert sich anzuhalten. Bin immer noch Gott rein. Die Bremsen einen so gerne mal aus. Heieiei. Das war knapp. Zentrale brauchen wir Verstärkung. Der Typ macht ganz schön Ärger. Du brauchst keine Verstärkung mehr. Verdammt. Schneller. Schneller, schneller. Komm. Perfekt. Wir sind immer noch. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Sachschaden. Ich übernehme das dann hier. Dann haben wir auch schon... ... schon alles hinter uns. Bleibt dran. Hier, BAM. Alle an der Verfolgung beteiligten Einheiten. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen. Zentrale. Fahrzeug gerichtet. Erflüchtet. Das war der letzte Meilenstein. Ich weiß es leider nicht... ... ob wir damit genug Kopfgeld haben. Wenn nicht... ... ... Weitere Einheiten, um das Gebiet zu durchkämmen. Wenn nicht, müssen wir gleich nochmal... ... uns nochmal verfolgen lassen. So. Was ist das hier? Nettes Rennen. Pass auf. Razor hat den Bezirk verlassen und fährt in Rockport. Um ihn zu kriegen, musst du die Gegend abklappern... ... und in der Blacklist aufsteigen. Es gibt drei Bezirke. Wir sind hier in Rosewood. Kenton Beach ist an der Küste und Rockport liegt direkt dahinter. Du kannst erst Rennen der nächsten Stufe fahren, wenn dein Ruf gut genug ist. Und dafür musst du gewinnen. Es gibt keinen zweiten Platz. Erfüllt deine Aufgaben, bis du ein Blacklist-Fahrer herausfordern kannst. Sobald ich was Neues erfahre, lass ich es nicht wissen. Bis dann. Gut, alles klar. Halt, da stand noch was. Tab. Ruhm ernten. Du hast mit deinen Erfolgen für Aufmerksamkeit gesorgt. Auch bei Tess. Er ist der nächste Blacklist-Fahrer. Der Typ ist durchgeknallt und ein echter Bullenmagnet. Also pass auf. Er wartet auf deinen Anruf. Bis später. Gut, alles klar. So wie das hier aussieht, können wir jetzt wohl gegen Tess fahren. Und das machen wir natürlich auch direkt. Dafür drücken wir mal wieder B und dann die 2. Zwei Sprintrennen. Let's go. Musik ist gar nicht gut. Oh mein Gott. So. Lexus IS 300. Gegen VW Golf GTI. Yeah. Alles klar. Und 3, 2, 1, go. Ich weiß, mit dem Zell habe ich ein bisschen verkackt. Aber ist scheißegal. So. Das hier ist ein bisschen stärkere Gegner für uns. Ich versuche gerade den wegzudrängen. Aber irgendwie funktioniert das überhaupt nicht. Egal. Ich versuche lieber anders, ihn zu überholen und abzuhängen und keine Ahnung was noch alles. Hier so zum Beispiel. Hier so zum Beispiel. Er hat gerade einen schicken Unfall gebaut. Ich persönlich finde ja auch, dass hier so Sprintrennen, wie wir gerade fahren, die coolsten Renten sind. Oh Gott. So Rundkurse mag ich irgendwie gar nicht. Irgendwie 3 mal im Kreis fahren. Das ist ein bisschen blöd. Ich muss schon wieder husten. Moment. Moment. So. Da bin ich wieder. Mal ein bisschen. Oh Gott. Das. Oh Gott. 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 Bl Gott. Oh Gott. Voren sicko. Wir gehen in die Kurve aus und wir nehmen sie in den Piloten und damit gewinnen wir beziehungsweise setzen uns in Führung. Hier das gleiche Spiel. Jetzt mal bisschen Gas geben. Lebensドulein Auto ist leider schneller als unseres. Oh. Was heißt leider? Wenn wirs bekommen, Berufs ist es gut für uns. Aber wenn wirs nicht bekommen, dann ist es so. Da müssen wir unser Auto noch weiter aufrüsten. Oh, ich komme erst gerade gegen den LKW gefahren. Das ist sehr schön. So. Hier diese Stelle ist auch sehr gut zum Gas geben. Auch später, wenn man die schnelleren Autos hat. Jetzt kommt hier eine schöne lange Gerade. Und dann folgt auch schon direkt das Ziel. Nicht gegen das Taxifahren. Also eher schon, wir aber nicht. Besser. So. Und da ist das Ziel. Das war Rennen Nummer 1. Zielgeschwindigkeit 276 kmh. Sprint Nummer 2. Einmal drehen. Und dann wieder an den Start gehen. So. Komisch nur, dass wir jetzt an einer völlig andere Stelle sind. Obwohl wir jetzt nur gedreht haben. Aber egal. Über Logik wollen wir jetzt mal nicht reden. So. Oh, nö. Da vorne kommt die zum Damage in S-Kurv wieder. Ui. Fahrgibt das auch. Ja, perfekt. So sind wir wieder in Führung. Das ist sehr gut für uns. So kommen wir dem Sieg natürlich näher. So, ich hoffe, er fährt noch gegen irgendwelche Autos. Am besten gegen alle, die entgegenkommen. Hier, das da zum Beispiel. Nein, macht er aber nicht. Eieiei. Da hat er uns gegen das Auto gedrängt. Das ist so ein Drecksack. So, jetzt hat er ein bisschen Vorsprung. Das finde ich nicht gut. Aber das dürfte kein Problem sein, wie man hier sieht. So, und schon haben wir ihn. So, hier schön innen vorbeifahren. So, hier vorne kommt der Donut wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den auslösen können. Da ist er. Ich hoffe, es bringt was. Es hat überhaupt gar nichts, gar nichts gebracht. Naja, versuchen wir es wert. Jetzt nehmen wir aber gerade noch hier diese Abkürzung. Er nimmt sie nicht. Das ist sehr schön. So, diese Abkürzung können wir die nehmen. Nee, besser nicht. Wir fahren besser hier außen rum. Ah, warte. Ich dachte, das wäre besser. Oh Gott. Schneller. Komm schon, Golf. Komm, komm, komm. Ja, wir haben einen guten Vorsprung. Da vorne ist das Ziel. Das dürften wir schaffen. Das werden wir schaffen. Und das haben wir geschafft. Zielgeschwindigkeit. 280 kmh. Prämie. 6.000. Weiter. So. Ach, Gott sei Dank, ey. Jung, 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 jung. Abserviert. So, auf Wiedersehen, Test. Weiter. Zwei Symbole können wir jetzt wählen. Hoffentlich ist hier, also das Auto ist hier definitiv irgendwo drin. Bzw. der Fahrzeugschein. Ähm. Jetzt ist nur die Frage unter Wählschirm, ne? Ich drücke diesen. Extra Geldprämie. In Höhe von 12.500. Jetzt dieser oder dieser? Das ist jetzt die Frage. Halt, ne, da hinten die nicht, aber hier die beiden. Ich... Boah, gute Frage. Ich tendiere aber eher zu diesem hier. Ich weiß nicht warum. Ähm. Ja, komm. Nein, 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 nein. Wir haben das Auto nicht gewonnen. Verdammt. Nächster Gegner. Blacklist 13. Victor Wasquen, äh, Wasquess. Wasquess, wie auch immer. Toyota Supra. Verfolgungsdauer ist die Stärke. Lebenslauf. Dieser Typ sitzt schon seit einer ganzen Weile auf Platz 13 fest. Er kommt irgendwie nicht weiter, aber er schafft... Aber es schafft auch keiner ihn zu verdrängen. Der Kerl ist faul, aber gefährlich. Jedenfalls kann er mit seiner Karre umgehen und macht dich fertig, wenn er die Chance dazu hat. Das sehen wir mal, wenn es so weit ist. Hier ist wieder Musik, oh Gott. Und dieses Laut. Hör auf damit. Tut mir leid, ich hab's übersprungen. Aus Versehen. Was ist gut? Bist dabei. Mehr oder weniger aus Versehen. Wir haben hier einen Zugang zur Polizeidatenbank. Die Cops haben ein Strafregister für dich angelegt. Je höher dein Fahndungsstatus ist, desto größer ist der Hype und dein Kopfgeld. Also behalt dein Strafregister im Auge. Oh, hallo, was haben wir denn hier, hm? Auf jeden Fall nichts für dich. Du bist so süß. Und du hast nur Glück. Auf der Blacklist bist du, wenn du mehr als Glück hast. Nimm dich da draußen also in Acht, klar? Weil man weiß ja nie, was passiert, oder? Machst du in diesem Wagen etwa auch rum? Haha, mehr. Keine Ahnung, was du für eine Rolle spielst, aber ich werd's rausfinden. Deine Tricks sind leicht zu durchschauen. Und wenn er am Ende ist, gibt's auch keinen Wagen mehr umsonst. Du stehst auf ihn, das weiß ich. Behalt dein Strafregister im Auge. Ich hau ab. Ich ruf dich später an. Der Wagen in dem... Oh. Ich bin beeindruckt. Tess hat dich unterschätzt und im Preis dafür bezahlt. Mach nie denselben Fehler. Wir sprechen uns später.